oh gott das machen wir schnell auf abbauen und zwar hier unten das wollen wir noch mal kurz das hier unten das muss alles weg damit die landwirte auch mal platz haben den kram mal irgendwie sagt dann lass uns mal hier das hier noch mal wir haben ja ich finde das größer geht es nicht schade reicht aber schon so dass man mal wegnehmen dass man hier kann sie erstmal aufforsten und ihr baut erst mal den oder holz erstmal hinten den kram ab der weg ist natürlich wesentlich weiter die müssen viel zu weit laufen so schön mit der nummer nix denn ist hier dass du mich weg besser kam hallo schön dass du reinguckst kurz herzlich willkommen der akku ist fast leer das kenne ich das kenne ich böse akku der so da haben wir zehn prunk was haben wir hier denn sieben das ist ja mager 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 und das haben wir hier sieben was wieso sieben denn bloß wieso denn bloß sieben das verstehe ich jetzt nicht na gut auf wir müssen aber auch sehen dass wir wie gesagt den prunk hier an kriegen die warte mal wir haben doch unsere voll fette kirche die müssen genau bauen die muss hier irgendwie hier muss die reingeoperiert werden dann haben wir auf jeden fall den punkt zusammen tja dann lass den erst mal ein bisschen platz machen oben was wie was haben wir denn hier was haben wir das brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen blick mal das haben wir alles brauchen wir nix mehr und das haben wir auch fast alles ich weiß nicht warum ich das nicht freisch halten kann warum geht das nicht naja gut was haben wir hier noch da müssen wir sowieso noch ein bisschen sammeln der klerus der klerus braucht auf jeden fall noch was der klerus genau was brauchst du fisch fisch kriegen wir hin kein problem warte mal fisch bevor raten ich hab's heraus jetzt klappt das ja so ja ja gehen los hier gebäude ist fertiggestellt windmühle zwei müllers leutchen so freunde macht hin warum steht die schon wieder stille das ist doch nicht das muss doch 168 reichlich ach ja schön schön das gibt ja auch wieder sechs pünktchen und natürlich wartungskosten oh gott wartungskosten die bringen uns noch um man ich habe ein kloß im hals warum warum vielleicht braucht man auch noch ein fischer wir brauchen mehr fisch den schwappeligen krams hier fisch fisch wo ist denn der fisch steinmetz hast du nicht gesehen ja könnte fischer hütte da ne fischer hütte so die wollen wir brauchen noch vielleicht ein das wäre euch nicht schlecht an dem meer hier hände neuer fischer hütte das ist verkehrt rum so ist vorne so sieht das besser aus warum baust du das dann nicht hin bitte ach jetzt geht's so wir brauchen mehr fisch fisch die ganze ganze stadt muss stinken danach vielleicht noch eine mehr fischer hütte wir haben ja das problem dass wir das nicht hätten so genau baut man hier die fischer hütten hin kostet nur 20 holz und holz haben wir nicht aber haben wir bald so so woche 83 tag 6 auch nicht schlecht ne was haben wir noch fall ist hier was haben wir hier noch dorfkirche das ist doch die gute nein die kirche das ist das richtig plus 10 nur dass das teil da steht die steinbrücke na gut ich meine das lang auch schon die hätten wir auch kürzer bauen können haben wir nachher auch gewusst na gut egal ist ja schnurz wir haben es ja so was ist jetzt mit dem fisch wir haben es 40 fisch das muss ja mal eben mal der 20 fisch muss doch mal zustande kriegen hier und wir machen ein wahnsinniges minus gewinn geschäft gerade warum mir fällt gerade ein fisch haben wir keinen platz weil wir mussten hin da wie sieht das mit dem fisch aus sag mal wo ist eine fisch hin wo haben wir den gelagert ich hoffe mal nicht so weit weg hier ist kein fisch wo wir denn hier noch da ist noch eins da ist noch eins ich sehe das schon kommen das problem ist der fische das ist zu weit weg hier könnte gerne das holz gelagert werden ist das holz denn überhaupt holz jetzt muss ich mich heute oben sein da da holz da rein und dann haben wir hier mal den fisch da rein so leute haut rein der ist ne wie gesagt bis bescheiden das ist nämlich das problem wir haben damit ich den fisch gar nicht im lager irgendwo nie wie es aussieht nicht der auftrag mit dem fisch ist sehr schwer wir hoffen das beste wir haben noch 51 tage das müsste ein klappen ein gesandter bittet im audienz na klaro na mein guter da bist du doch was ist los natürlich schicken wir die truppen so was von brauchen wir immer was haben wir jetzt hier standard crew will ich sagen wie immer die kennen sich mit sowas aus auf geht's freunde freunde ihr dürft gerne hier so ein bisschen ne fisch einlagen wäre super ja super 20 fisch siehst du zack und weg sowas von ha das läuft doch siehst du wohl was haben wir ist das nicht fertig ist nicht fertig dafür ist noch holz ane warte mal heute müssen wir freischalten so dann dürfen wir es auch benutzen so den fisch machen wir auch mal wieder aus was fängt es an zu murren hier das wollen wir nur auch nicht das wäre die naja das wäre nicht gut brauchen wir irgendwie nicht so auf steuereintreibung haben wir hier fehlen das noch soldaten brauchen wir so für den soldaten nie ne so läuft doch mensch bau in die kirche das weiß ich wir machen das machen wir auch noch ganz ruhig kriegen alles hin nur kein stress jetzt wir müssen noch sehen dass wir hier die dass die hütten fertig werden ja warte mal können bescheid geben hier gibt vollgasfreude die dinge ein bisschen fertig so dann wisst ihr bescheid ne alles klar hallo mysterio monkey schön dass du reinguckst herzlich willkommen klick klick so läuft wie war es eigentlich mit mehl 153 mit kein brot wie ist denn hier der umsatz leute wie ist denn hier der umsatz wir können eigentlich noch einen wahren platz mehr bauen für fisch ne der muss ja auch mal weg ich meine den der sowieso weg haben wir überhaupt platz im fisch doch hier da 0 nix reserviert zwei so reserviert der macht guten umsatz jeder laden lasst uns hier noch mal so ein so ein für fisch ne den stinken die kram da muss auch mal irgendwie und die leute so zack und rotes zelt zack und baubeginn geht nicht weil kostet uns doch geht wie ist das jetzt hier was ist hier los da bin ich mal zwei holz dahin das ist gut und der auch noch mal zwei holz sie warum nicht kriegen wir das bald mal fertig und wohngebiet das war doch genug platz haben wir doch reichlich das müsste ja also sowas von guckt jetzt mal an da da können die sich ja mal richtig ausbreiten ob ich sehe welcher arbeitsplatz nicht belegt ist das weiß ich das weiß ich das war irgendwo hier ne da ne das nicht da war irgendwo da genau das ding ins stimmt warte mal was ist denn hier los und das ist bergfried ja ja gut wir haben alles belegt belegt das ist super so weit so gut so freunde wie sieht es aus das bauern würde hier vom glauben abfallen sehr schön naja weiß nicht pass wird passend gemacht ne sagt man nicht immer so was ich glaube das war so ne so freunde wie sieht es aus hier abholzungen das läuft doch ne ja super und die landwirtschaft das war noch ein bisschen vergrößern und zwar so schwupps haben wir das auch deine soldaten sind von der mission zurückkehrt sehr schön was haben wir hier noch da fehlt auch noch was ne was fehlt hier noch berettbare da fehlt auch noch ein bisschen beretta für die weberei damit wir die wolle die wir in überfluss haben mal verarbeiten können schwupps bitteschön ran an die buletten ach Leute was ist denn hier los hackt holz freunde das ist wichtig im moment haben wir wirklich dieses problem mit holz ne steine haben wir ohne ende die will aber kein mensch haben aber es kommt alles noch dann haben wir nachher zu wenig steine ganz logischerweise kann man diese brücke auch upgraden holz brücke können wir nicht auch unsere jungen sind zurück mensch das war nicht schlecht super dann lass sie sich mal ausruhen erstmal ein bisschen muss auch mal der kaffee kalt auch das noch wenn wir kommen aber noch mal ne ist das nicht so wir haben 79 werkzeuge das ist doch nicht schlecht können wir doch mal handelt halten oder nicht da ist noch eine handelsrude hier unten oh sollen wir die freischalten 1000 gold ich weiß nicht wir kaufen ein das können wir doch mal ändern ne wir können doch mal verkaufen 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 ja haben wir überhaupt jemanden der es haben will kauft verkauf nee das kauft keiner aber gut vielleicht haben wir das glück dass dann doch jemand sich da ne sagt okay weil du das bist nehmen wir das mal ab hier so die hütte ist noch frei ein fischer dame und ich bin ja mal gespannt wann das hier los geht mit den levels ne oder haben wir die schon ich glaube nicht ne oder stopp mal hier was bist du für einer bohrarbeiter level 1 gibt es noch irgendwie andere level mehr also weiter ruf level 1 es gibt nur diese herrschaften na gut wie ist das jetzt hier da fehlt nicht mehr viel dann haben wir das auch fertig und hier unten müsste eigentlich auch schon na gut okay da fehlt noch viermal holz dann hätten wir das auch zusammen und der weiß auch schon nicht mehr was er machen soll weil sein lager ist voll wir haben hier steine ohne ende was machen wir damit die können wir noch nicht mal am marktplatz verkaufen wäre natürlich auch cool ne so 20 mal 10 mal mehl haben wir hier rumliegen aber da haben wir irgendwo auch einen platz wo das reingehört ne mehl da haben wir doch irgendwo wo haben wir denn da mehl ist das hier hinten da mehl 40 okay dann können wir normalerweise hier auch nochmal mehr rein ne wo war denn das noch da da ist noch ein platz frei mehl zack so geht ja leider nur 50 ml rein das war es ja denn schon wieder aber ne gut 80 werkzeuge da ist ja schon mal nicht schlecht darauf können wir dürfen wir eigentlich dürfen wir nicht ne dürfen waffenschmiede haben wir doch gar nicht ne ne schmiedekühlerei eisenmine haben wir noch was tolles die springbrunnen pflanzbogen 100 gold ein pflanzbuch ich mein was hat das was hat das ist eigentlich nur wegen schicken ne sonst hat das eigentlich nichts zu sagen ne ein pflanzbogen war für schick weiß was meinst du denn von uns brot brot hätten wir da das wäre nicht das problem ähm für das haben wir alles ähm da fehlen uns noch das kriegen wir nicht hin ne klerus der klerus wollte ja mal ne der klerus der hier zack ja siehste haben wir die wehbacher ist fertig ich dann durch so klerus kommt aus ne so wussten die warte mal wussten die jetzt gleich die war doch irgendwo da vorne da ist sie so die sind ein wenig wie die großen und das ist los ein unglücklicher laufbewohner verlässt verlässt euch ach mein gott die fischerhütte ist fertig ich drehe durch fischerhütte da ist er zack wie haben wir keine freien leute mehr was wie wie keine freien war es nee ok gut dann müssen wir da mal ein baumeister der dick hier ne der kann auch super fische fangen das kriege hin da ist mir ganz sicher das kann ich das richtig gut drin so wir brauchen brot brot bevorraten wir eine runde brot siehst du ja und hoffentlich kriegen wir genug fisch zusammen das haben wir jetzt 30 fisch haben wir da das riecht man regelrecht ne das stinkt so wie was ist denn hier los wie weit seid ihr damit achso da fehlen noch ein paar bretter na wenn es da nicht anders ist der marktplatz ist fertig dann kommen wir auf die da so und der fisch so wie sieht das nicht hinten überhaupt aus was haben wir denn oh hier guckt einer an da wir haben hirsch und leder hirsch und leder wir brauchen noch einen platz ne so ein lagerhäuschen wäre nicht doof ne warum wird das hier nicht gebaut aber weil wir gesagt haben brauche es mir nicht ist nicht so wichtig wir haben es ja noch irgendwo rumstehen so was haben wir hier wir haben keinen platz wir brauchen noch irgendwie eine lagerhütte lagerhaus die stehen auch wirklich kreuz und fähre hier ne überall stehen die dinge rum so lagerhaus wenn man die nochmal upgraden könnte das wäre doch nochmal ein burner oder nicht das wäre doch mal echt cool wie kein geld was warum hallo ich wollte gerade sagen das kann doch nicht wahr sein ähm was brauchen wir dafür bretter wir brauchen für jeden mist bretter ist doch nicht zu fassen so wie ist das hier haben wir doch genug leute hier arbeiten ja ne ich hoffe mal doch ja da ist korn gut ohne ende also hunger leiden werden wir jetzt nicht unbedingt warte mal das können auch weg ne so schwumms das auch durch so zack und schon ist das brot wieder durch das brot reißen sie aus den fingern das ist ja wahnsinn so das läuft auch jetzt alles ne ich glaub ne war da vieler jemand hier nein ja stimmt wir haben noch keinen da fehlt auch noch jemand wir haben baumeister den können wir noch einen raus nehmen nehmen so war wir ja ne kannst bestimmt auch super verkaufen da ging mir ganz ja super so siehste das sieht doch nochmal nach was aus so panorana panorama 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 ansicht so 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 so